Hallo liebe Freunde von Forgotten Creatures. Heute gibt es wieder etwas aus dem Mythenatelier zu sehen. Für den lieben Benjamin habe ich nämlich etwas angefertigt, was diesmal nicht einfach nur eine Figur ist, sondern etwas, was man tatsächlich entdecken kann. Und es befindet sich hier in dieser Box, beziehungsweise die Box gehört natürlich schon dazu. Und man kann es schon erahnen, wenn man sich das Ganze ansieht, darauf pranken die Worte Kornmume und noch einige Beschwörungsformeln. Das Ganze ist ein Behältnis, das die Rückstände dieses mystischen Wesens in sich birgt. Ja, und das schauen wir uns heute mal zusammen an, damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie so etwas aussehen kann. Ja, die Box selbst ist relativ simpel. Wir haben hier einen dunklen Braunton. Es ist relativ schlicht gehalten. Einzig eben die Schutzformeln und das Siegel künden davon, dass sich hier drin etwas befindet, das man vielleicht mit ein wenig Vorsicht genießen sollte. Und der eine oder andere von euch mag sich tatsächlich fragen, was es mit der Kornmume überhaupt auf sich hat. Die Kornmume ist ein Felddämon oder auch Feldgeist, der zum einen für die Fruchtbarkeit des Feldes verantwortlich ist, wenn man gut mit ihm umzugehen weiß, auf der anderen Seite aber Bauern auch geplagt haben soll, indem er Felder und ganze Ernten verwüstete. Was mag sich also in dieser Kiste befinden, die wohl jemandem gehört, der sich mit dieser Kreatur angelegt hat? Finden wir es also heraus. Die Siegel wurden bisher noch nicht gebrochen. Das heißt, wir werden das heute also jetzt tatsächlich machen. Ich habe hier eine Rasierklinge und jetzt wagen wir uns daran und öffnen die Kiste. So, das erste Siegel ist geöffnet und das zweite ist ebenfalls geöffnet. Schauen wir nun also mal herein. So, wir sehen hier, es befindet sich allerhand Verschiedenes in dieser Kiste. Und wir gehen das Ganze einfach einmal ein wenig durch. Wenn wir jetzt hier her schauen, sehen wir also eine ganze Menge unterschiedlicher Substanzen. Angefangen von Ehren von einem Kornfeld. Die Legenden besagen, dass in der letzten Ehre eines Kornfeldes, wenn eben die Ernte eingebracht wird, der Geist dieser Kornmume, dieses Korndämons, in diese letzte Ehre hineinfährt und dort dann, nun ja, quasi ausharrt, bis die Saat erneut ausgesät wird und sie dann von neuem sozusagen ihr Unwesen treiben kann. Und so haben wir hier verschiedenste Substanzen, die sozusagen, ja, die grundlegende Geschichte dahinter, wie sich vielleicht jemand auf die Jagd macht und ein solches Wesen zu stellen, illustrieren. Dazu gibt es ein kleines Heftchen, das sozusagen noch in einer kurzen Geschichte beschreibt und illustriert, wie das Ganze vonstatten geht. Die Kornmume wird als Menschen groß beschrieben und jagt mit ihren gewaltigen Pranken über das Feld und um den ganzen Rechnung zu tragen, sehen wir hier, finden wir hier unten tatsächlich auch etwas. Eine ganze Kornmume passt natürlich nicht in diese Box hinein, in diese Truhe, Aber wir können hier die Hand der Kornmume in einem, ja, etwas mumifizierten Zustand bewundern. Und hier sieht man schon, dass etwas rabiater zugegangen sein muss, denn sie wurde von einem Eisennagel. Feenwesen haben eine gewisse Anfälligkeit in den Überlieferungen für Eisen. Ja, offenbar verwundet wurde und man anschließend diese Hand vom Körper abgetrennt hat. Das heißt, das ist das zentrale Stück in dieser Kiste, diese Hand der Kornmume. Darüber hinaus finden wir eben aber auch ein Knochenfragment, wir finden Speichel, wobei es hier tatsächlich, man kann alles herausnehmen und eben auch benutzen. Das Schöne hierbei ist, dass es sich hierbei zum Teil eben auch um Substanzen handelt, die eben nachtleuchtend sind. Das heißt, wenn man dann sozusagen nachts das Ganze benutzt, leuchtet es eben auch ein bisschen. Also hier haben wir Speichel, das sind verschiedene Gewebeproben, Feenstaub und Ähnliches. Also wir finden hier tatsächlich allerhand sonderbarer Dinge. Und diese Gesamtheit illustriert sozusagen die Geschichte der Kornmume auf Basis von alten Überlieferungen. Und als kleinen Gag haben wir hier noch etwas. Man kann es sicherlich dann lesen. Das hier ist nichts anderes als guter Korn aus dem Kornfeld, aus Liebenthal, jener fiktiven Stelle, auf der sozusagen diese Box und diese erlebbare Geschichte innerhalb dieses Props basiert. Das ist es im Prinzip, die Kiste der Kornmume mit allerhand verschiedenen Substanzen. Und ja, der liebe Benjamin wird sich sicherlich freuen, denn innerhalb der nächsten Tage, und wenn dieses Video ausgestrahlt wird, hat er sie wahrscheinlich schon in seinen Händen und kann das Ganze bewundern und bestaunen. Die Kornmume gehört sicherlich zu den schaurigsten Gestalten, die unsere regionale Folklore zu bieten hat. Tatsächlich wird ihr nachgesagt, dass sie durch das Feld zieht, dabei Kinder anlockt und diese an ihre gewaltigen Brüste legt, die sie sich ansonsten, wenn sie durch das Feld rast, über die eigenen Schultern wirft. Und ja, einmal das Kind an den metallenen Zitzen der Kornmume angelegt, ja, werden sie gesäugt und müssen als dann sterben. Wer sich für euch dafür interessiert, ich verlinke ein paar Informationen zur Kornmume und auch ein Gedicht aus historischer Zeit unter dem Beitrag, wenn ihr euch weiter informieren möchtet. Ansonsten war es das erst einmal für dieses Video von mir. Benjamin, ich hoffe, du hast dich über das Paket gefreut. Und ja, schaltet demnächst wieder ein, wenn es wieder etwas Neues zu entdecken gibt, hier auf dem Kanal von Forgotten Creatures.